Willkommen bei dem nächsten TTT-Pedal, und zwar bei Supersonic All-Star Racing Transformed. Mit dabei bei mir im Channel der Manus, der Pixel, der Kundran und der Backfly, sag mal hallo. Und noch mal eins voraus, morgen gibt es dann beim Liquid und beim Maxi, ne beim Manus, den letzten Cup dann. Mal schauen, wie dieser Cup jetzt ausgeht. Und heute gibt es bei wem? Bei mir und beim Sachsen. Ja, richtig, also fein. Danke, danke, danke. Warte, ich glaub, wir stellen selbst die Schulter. Haben schon, wir haben schon. Verpiss nicht, na doch. Unglaublich, der stört einfach die Aufnahme. Was auch? Gut, Toto hat's nicht mitbekommen, ne? Das ist alles gut. Ihr habt gerade irgendwie aus bisschen leise gegeben. Rennen, erreiche das Ziel vor deinen Gegnern. Ach nee. Oh, ach so. Nö. Ach so, ich dachte, es geht darum, wer die meisten Abschüsse hat. Hey, macht er mit? Nein. Nein. Doch. Danke, komm dran. Bitte. Geht's los oder nicht? Ja, also, keine Ahnung. Wir denken wahrscheinlich, wir machen ja noch Einleitung hier. So, hier. Bonus Casino. Nix, ey. Nix. Ach. Yay, Werbel drehen mich nicht so lange um. Ab mit die Menschen. Oh, fuck. Oh, fuck. Ich geh raus, ich hab Angst. Dann pick sie jetzt. Was sind die Bindel? Okay. Ich will doch nur knuddeln. Ja. Ich bin in dein Gesicht gewusst. Wow. Superstart. Oh, danke für den Boost, Ralf. Okay, jetzt wird's direkt anfangen. Alter. Was wir geben. Ich hab keine Ahnung. Oh Gott. Okay, in die Richtung und... In die Richtung. Ja, nein, nein, nein. Mist. Ach nein, der scheiß Kugelfisch. Alter, was macht Ralf da auf seinem Ding drauf? Ah. Ich war gegen jede Wand heute. Oh mein Gott. Kacke Liquid. Okay, das ist ja nicht sicher. Ah, da du. Ah. Mac Miners. Wow. Du hast mir das ein... Nette kleine Spinne. Hi. Ich bin zu Gargoy. Alter. Ich hab gar nichts gemacht. Interessant. Oh. Okay. Boots, Boots, Boots. Doppelflip. Doppelflip. Das ist ja beeindruckend. Oh, lol. Komm, Tau, Tau, such dir lieber Freunde, als ich dachte, dass ich die ganze Zeit feine macht sehr. Das ist ja besser aus. Selbstmuffluck. Möchtest du? Tau, Tau. Tau. Bewerk. Hey, du Pitfall. Hey. Das hat uns geil los. Tessler Spulen. Los. Das sieht gefährlich aus. Hm. Ah, jetzt verstehe ich auch, warum die mit... Der Drift gibt dir ja auch einen Spiegel, wenn du einen Drift hinlegst. Ja, das erklärt das auch. Dann trotzdem ist das mit dem Drift jung gegangen. Boah, war das knapp. Oh, Zombie! Oh, Zombie! Oh Gott, hier kommen schon wieder... Oh, Spinnen! Wieso haben wir so viele Spinnen? Ich schau mal den Rechten vor meiner Nase mit dem Power-Up weg. Mähnest du! Da kommt mit deiner hundlichen Häuten! Häuten! Eins habe ich rausgefunden, wenn man eine Drohne hat, dann muss man schauen, dass man vor einem Hust ist. Dann hat man gar nicht so einen großen Geschwindigkeitsverlust. Ich habe noch gar nicht gefühlt. Alter, Vater, ey! Oh, Leute! Jetzt geht es aber rum. Was ist los? Allstar! Oh Gott! Bist du der Winter? Oh, hier haben wir Allstar! Ei, ei! Bis jetzt hat der Tautau auch einen Allstar! Wenn ich mal einen Allstar hab' hier! Ja, schmeiß ihn doch bitte mit Bananen! Affel! Also fix ihn, glaub' ich. Nee, doch nicht! Nee, ich bin... Ich bin der Römer! Also du hast dann deinen... Oh, Ariel erhielt! Ich hab gerade in der Luft getroffen! Oh, der Wartenehm! Oh Gott! Da geht's gar nicht mehr lang! Wenn er mich doch jetzt erwischt! Wenn er mich doch erwischt! Wenn er mich doch erwischt mit Kumpfisch! Oh! Geht's ja nicht! Okay, jetzt geht geradeaus, okay? Oh Gott! Was? Ja! Was ist das denn jetzt? Ja! Genau das meinte ich eben! Ich wollte auch zur Seite fahren gerade! Achso! Uhuhuhu! Lol! Wer wirft denn hier besser runter? Das hab ich mir auch gedacht, glaub' Ja! Äh! Geht weg mit dem Scheiß! Das gibt's nicht! Ach, nee! Nice Tails! Ach dann, neul! Was ist denn das? Nein, ich hab den Junk gepflegt! Wir fischen! Bin ich wieder Fünfter geworden am Ende? Es gibt es nicht! Haha! Yes! Jetzt bin ich jetzt Quatten! Alter! Sechster! Knapp ging hinter Kumpran! Ach! Das geht gar nicht! Das geht ja los! Und dabei war ich teilweise Erster auf der Werbung und jetzt bin ich Neunter! Das ist so ein Scheißspiel! Das geht so schnell, gell! Das geht so schnell! Das geht so schnell! Dann wirst du zweimal, dreimal getroffen direkt hintereinander, und dann bist du ganz hinten! Ja! Dann kommst du auch nicht wieder nach vorne! Seine Aufnahme gibt sich der Sachse besonders nur hier! Was ist denn jetzt? Äh! Vierter! Vierter? Echt? Ja! Vierter! Vierter! Ich glaub, die anderen helfen ihm damit, dass er seine Aufnahme ist! Wahrscheinlich! Wahrscheinlich! Der hat sich einfach zusammengerissen! Hat nichts gemacht! Dann hat er nur abgehangen! Aha! Jetzt lässt er! Skillloss! Ein dreifacher Stunt während dem... Waiting for play! Ja! Das ist Waiting for play! Wer von euch hat denn da so ne Möhre? Hm? Das geht ja nicht, dass die Leute noch fahren! Es geht darum, dass die Leute noch die ganzen Errungenschaften frei halten! Achso, ja! Oder das! Ja! Die... Die skippten das einfach nicht! Wow! Was ist jetzt mit da durchschloss? Letzter geworden ist er! Golden Axe! Alter, bei mir die richtigen Gruseln-Maps! Ja! Ah! Bäh! Bäh! Golden Axe! Willkommen zum Tor! Du musst die... Du musst die Feuer auf jeden Fall bis Halloween behalten! Willkommen zu Halloween! Mein Brot brennt! Mein Brot brennt! Mein Arsch brennt! Hilfe! Mir ist warm! Ja, wie hier alle im perfekten Startiglitz! Oh nein, fliegen! Oh, und wir sind Flugzeug! Ach nee! Flugzeug scheißt kein... Go Dino! Ach, aber das ist ein Drache, oder? Das ist ein Drache, oder? Das ist ein Drache, ja! Habt ihr das gesehen? Im Maul vom Drache war ein Super-Item, gell? Kann man wahrscheinlich dann... einmal durch den Drachen fliegen und auf den Arsch wieder raus! Ja, am Maul war irgendwie so ein Super-Item! Am Arsch! Am Arsch! Am Arsch! Am Arsch! Ich bin da wie du jetzt erwischt! Warte, er kommt wieder nach vorne! Warte, er kommt wieder nach vorne! Ja, ja, ja! So zog ich mich nicht rum! Das ist echt krass! Wie... Gudalu aus dem... Länge im Hintergrund! Klappotsdamann ist er erst das! Das ist 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 Klappotsdamanns! Der hat Spaß! Er hat Spaß! Er hat Spaß! Ey! Wie kann der da nach hinten schießen und mich trennen? Ach man, das ist ja auch noch gefallen! Was? Wer hat das? Du warst zurück! Ja, ey! Ja, ey! Ja, ey! Wow! Oh, schon! Komm schon! Oh, lol, ey! Das ist gut! Wow! Ah! Du brauchst da! Alter! Ah! Ah! Die Exler haben mich gleich auf dem Konzept gebracht für einen kurzen Moment! Es geht dir zurück! Ich war so weit vorne! So, die fahr rückwärts! Ja, weil dann bist du von den Tränen durchgestwand! Ja, super! Und letzter! Geil! Ich war zweiter! Das war einfach für den Punkt! Mir ging's ähnlich mit 2, ich bin eins vor dir! Du warst schon die ganze Zeit hinsen! Nein! Ich war knapp! Hier, du Arsch! Und der Schwanz! Oh, der Schwanz! Was soll denn der? Ich weiß auch nicht! Mein Schwanz ist auch unterm Weg! Das glaub ich nicht! Das glaub ich nicht! Vor allem so wie du das gesagt hast! Ja! Wir haben das nicht überzeugt! Nee! Hier geht's auch nicht mit Überzeugungskraft! Hier gibt's auch eine reine Selbst-Einschätzung! Ganz ehrlich! Was hilft dir lang und dick, wenn dann irgendwas reingepasst und du nicht damit umgehen kannst? Das hat doch was für lang und dick! Der ist im Weg! Und das blöchig! Oh, der ist doch nicht! Genau! was ist das denn für einen? Alter! Wie er sich einfach nicht einholen kann! Das gibt's denn halt! Wie man einfach plötzlich vierter ist! Ja, das passiert gerne ganz schnell. Jetzt lebst du den Winter! Habe ich da runterbekommen? Ja, aber er ist auf die untere Dings gefallen. Ja, ich weiß. Ich wollte ihn eben davon abbringen, dass er da draufkommt. Oh, na super. Dann bin ich am Aufholen und dann... ...und so ein Sachse aus dem Weg. Bitte, da kommt wieder was. Da ist ein ganz tolles Aufschluss, wenn man im Wasser so ein bisschen dritten muss. Alter, der Kugelfistal ist ja mal mega behindert. Alter! Alter, der Schwanz! Und vergegenwicht! Alter! Ach, verdammt! Ich hab mich schiefen, Leute! Doch! Werden jetzt ein Ding? Oh Gott! Oh Gott! Da kommt Bananen! Hau da, du Arsch! Hau da, du Arsch! Zeit! Und Bananen! Und Bananen ist auch noch klar! Der Kackspass! Ja! Sei froh, du hast doch noch einen Kugelfisch wegbekommen! Oh Gott! 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 also kannst du recht viel einstellen selber, wenn du willst. Mhm. Naja. Mhm. Ja. Ja, hört sich nicht schlecht an. Mhm. So, eine Runde. Zwei Runde. Was, immer nur zwei? Jaja. Wie viele Minuten haben wir? 19 Punkte bis jetzt erst. Ich probiere mal das Kick da aus. Kann nicht schaden. Alex Kick. Wieder aus meiner Kindheit. Hm? Nie gespielt aus meiner Kindheit. Das habe ich nie gespielt. Was war denn das für ein Spiel? Sega. Äh, Jump'n'Run. Ah, okay. Nein, ich habe leider... Bei mir haben nur meine Cousinsen Sega Mega Drive gehabt. Ich finde, damals war ich sogar noch zu jung, das zu spielen. Damals habe ich meinem Vater dabei zugebracht. Nein, wir haben leider nie einen gehabt. Und... Aber meine Cousinsen. Dort haben wir immer Sonic gespielt und äh... Mortal Kombat. Ah, okay. Also nicht zu jung von wegen, weil das Spiel für älter war, sondern einfach... Ich war wirklich komplett zu jung zu spielen. Ach so. Also du konntest nur noch. Ja. Ach so. Das ist ein... Ach so, das ist ein... Ach so. Ach so. Ja, was geht mit denen hier? Die Hammer ist am perfekten Start. Ja, das mag ich aber mein... Nein, nein, du kannst auch... Boah! Natürlich! Ah, wir haben kein Item-Knick! Ja, genau! Der Potsdam schiegt dann wieder die meine vorne ab, du! Mann, du alter Kackwurst! Was passiert jetzt noch einmal? Wer kriegt denn hier rum? Alter, ihr wirst aber hart bestraft, wenn du an die Wand kommst, gell? Ja, ja, du, ich hab auch das Gefühl... Ey, Sachse! Der mit dem Panzer, ey! Du sollt dann einfach über! Okay, ey! Könnt' ich nicht mehr ausweichen! Und wieder... Ja, genau! Die Rakete! Ich bin schon letzter! Danke! Einmal nur Danke spielen! Hab dich auch im Leben! Ich bin das Spiel, das hat ja dieser Runde... Er wird direkt direkt zu den zu schulden, die nach hinten schießen! Wer wird das wohl sein mit nach hinten schießen, oder? Ja, aber du wirst nicht vom Ersten getroffen! Das ist nicht da! Der 9 oder der 8e gewesen sei! Ich glaub das war Sachse! Nein! Nein! Geh weg! Geh weg! Irgendwie hat Sachse sich gerade verabschiedet! Was, der ist rausgekommen? Nee! Der ist irgendwie grad... Der ist irgendwie über die... An der Kante rausgefahren! Achso! So meinst du! Okay! Obwohl er eigentlich noch zu sehen war! Kaum kein Blots zu machen! Das gibt... Ah! Wer haut mich da jetzt da! Das war der Pixel! Das war sicher, wer sonst! Boi! Ja, jetzt lenkt doch mal ordentlich! Ich kann kaum noch lenken! Echt? Ich glaub mein Stick ist kaputt gegangen! Oh Gott! Ich bin im Ernst! Der... Der lenkt mich noch ganz schwerfällig! Der quert kaum noch in die Kurven! Lord! Das soll, als würde ich die Sensibilität ganz runtergestellt worden sein! Okay! Das ist blöd! Keine Ahnung, wo es gerade los ist! Nein! Boah! Pixel, du Arsch! Manus ist hier jetzt auf 2! Ja! Ich hab grad sogar Dalu geholt, aber... Ja! Dann hast du ja irgendwas gleich wieder gepressen, wahrscheinlich, ne? Ah, wie haben wir jetzt... Ja, das ist hassig! Ah! Blackfly! Ja! Wer schießt da ein Ding auf mich? Ah! Welcher Sack! Ja, natürlich! Noch eins! Ist klar! Weil er wollte mir verarschen! So schnell ist der Wahnsinn, ey! Ach, ne Wahnsinn, wie schnell der ist! Ach, ne Wahnsinn, wie schnell der ist! Ja! Ich dachte, wir waren es in der dritten? Äh, in der zweiten? Ne, ne, schon die letzte! Krass, das steht! Boost! Wuh! Na ja, das ist echt krass, wie schnell der ist! Ah! Ah! Alter, wer war hinter mir? Welcher Sack war hinter mir? Der hat mich die ganze Zeit beschossen mit Olen! Sagst du wahrscheinlich wieder! Ja! Ja, du Sack bist sowieso mit deinem Olster vorbei! Ja, natürlich, was sagst du! Echt noch kurz vor unten, ey! Ja, ja! Sei froh, weil du wärst da zweimal beschossen worden von den Scheiß-Drohnen! Ja, also... Wir haben uns da mal Punkte gemacht, ey! Ja, das war nicht schlecht! Also nicht schlecht! Ja, wir haben noch eine Runde! Ja, eine gibt's noch! Eine ist im Hauptfeld! Sechs Marken und das haben wir dort! Sieben! Wir kennen die Tiefe! Die Strecke fand ich gut! Warte! Nein! Ne? Und der Flugzeugträger, den fand ich auch geil! Mhm! Ja, der Flugzeugträger ist mega geil! Ja, find ich auch! Ja! Und am coolsten waren eh die Baustellen! Die war super! Die war super! Charakter select! Team Fortress! Candling! Was hab ich hier... Ah, was haben wir jetzt... Ah, was haben wir jetzt... A Race of Ages, okay! Versuchen wir das mal! Und... Das gefühlt hat... Du hast einen mit Rengi Spaß? Ja! Also nicht nur eine 0-1-AKD bei Schülern, sondern hier lässt es auch krachen! Es gibt Menschen, die sind für schnelle Spiele nicht geschafft! Ich finde, geh' ich eigentlich auch zu! Ehrlich? Ja! Ich finde, ich... Ne, aber guck mal! Rainbow Six... Ne, gut! Ja, okay! Aber Rainbow Six ist nicht so... Ja! Aber du sprichst ja auch Counter-Strike! Aber das Strike kann ich doch auch nicht! Ich Idiot! Drück' auf A anstatt' nach vorne! Weil das hier ja jetzt noch nicht schnell ist! Ne! Äh, aber mit diesem Driften sobald so... Aber Rennspiele... Rennspiele... Rennspiele ist sowas sowas sowieso nie meins gewesen! Geil! Ich glaub' ja nie Geld, bis die Spiele zum Rennspiel zum Rennspiel zu kaufen! Und man fällt runter hier! Ja, ja! Doch, wie lange man fällt? Das ist aber manchmal so scheißig! Also hier, wenn's tief runterfällt, ist es bis zum Arsch! Komm dran! Ah! Irgendwas gibt's drauf mit einer Rakete! Ja, mich! Ja, schopf mich runter, du! Da, Lulu! Ey! Oh Gott, da, du! Sack! Ja, natürlich! Wir haben die U-Messler abgeschossen! Also das ist meine neue Lieblings-Map hier! Die Map ist geil! Hat auf jeden Fall was! Die Map, die hat halt echt was, aber irgendwo... Alter! Oh Gott! Du bist einfach plötzlich der Unstiel! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Schneebälle! Nein! Wie? Einfach keine Items kriegt, Alter! Das gibt's ja nicht! Ich hab mir auch grad nicht mal! Jaaaa! Nein! Weiß! Ich hab mir so'n schönes... 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 Meck mal los! Ach, schade! Nee, ich sah mir auch gar nix mehr auf! Keine Boos, keine Items! Das wurde ich geschubst! Äh, ich... Ich hab mir so'n... Lur! Woah! Wer hat mir da jetzt so angeschossen? Du wurdest killponiert, oder? Sagst du wahrscheinlich nicht! Ich sechste ist wieder hinter dir! Nein! Ich hab, äh... Ich hab Eis geschossen! Nein! Ah, zau doch! Ich geh dir nach! Alterstack! Ah, das ist doch aber auch, wie die Map! Nein! Ey, wär' ich auf Package! Boost! General Winter is gone all-star! Great Boost! Der Sachsen hat jetzt richtig Glück gehabt, dass er sein All-Star hat, weil sonst wär' er runterflammt! Fällt mir ich denn trotzdem runter? Hüiih! Es war mit Sachsen los! Hüiih! Hüihih! Hüihih! Hüiihih! Hüihihih! Komm, was mies ist, du hast . Hüihihih! Erstmal jetzt mal auch schon aufgefallen. Äh, Fehler! Hüihih! Oh, Dad jammed, ja. Ja! Oh Mann, falscher Moment aktiviert und ich bin K.O. Ah, super. Falsche Richtung. Mann, ich bin an so einer Welle abgedacht und da hat mein ganzes Brot sich geflift. Das war auch super. Ah, der ist mies, der ist mies. Toll, was soll ich mit einem Handschuh? Ich bin ein Letzter. Ich habe keinen Handschuh. Im Ernst, du kannst als Letzter einen Handschuh bekommen? Nein, ich bin der Letzte. Ich bin der Letzte. Ach so, der Pixel ist auch noch da. Aber ich habe einen Super-Handschuh bekommen. Ich habe einen Super-Handschuh bekommen. Hau aus, Freunde. Und ich habe noch gar keinen Westbillenschwarm gesehen auf der Net. Oh, wer war los? Ich folge dir. Also die eine Kurve war ja heftig. Man kann trotzdem runterfallen mit einem All-Star. Keine Angst. Ja, ja, aber wie gesagt, Sachse hatte da das Glück, dass er sein All-Star ein Ding ist. Ein Flugzeug. Ach so, ja, meins aller ist es hier aussah. Also bei mir zumindest ist es normal gewesen bis jetzt. Nein! Warte, wie ewig gerückt um den Flick. Keine Ahnung, wie ob ich hier schon runtergefallen bin, ey. Ich wurde erst vom Sandsturm getroffen, dann fährst du ja falsch rum. Jetzt hat ein All-Star. Alter, du hast jetzt richtig rumgefahren. Also ich bin nicht richtig rumgefahren. Warte, du wärst Tails. Maxi, du bist Tails, oder? Hä? Bist du Tails, Maxi? Nee. Ah, dann war's Manus. Wurde es jetzt richtig Glück gehabt. Warum denn? Ja, weil Dadosch dir einen Schwarm hinterher geschickt hat. Genau im Moment, wo du ihn aktiviert hast. Der Schwarm ist für ein einzelnes Tier. Oh, mein Gott! Ach, komm mal. Nein, nein, nein! Oh Gott. Jetzt habe ich verloren. Besser ist Dadoch für sich entschieden. Wieder vierter. Nein, 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 nein. Ich bin nichts. Ach, Mann, ey. Fünfter. Ich komm nicht mal ins Ziel. Die scheiß Wasser. Okay, hat Dadoch oder Dadoch gewonnen? Der Dadoch war extrem stark hier gerade. Ich weiß nicht, wie Dadoch es immer schafft, von hinten aufzuholen. Wenn ich einmal hinten bin. Ja, ich auch nicht. So oft von der Dadoch ist fast in jedem Spiel überlegen, oder? Kommt mal vor, oder? Ich meine, das ist nicht das erste Mal, dass er das Spiel spielt. Muss man das so sagen. Ja, er hat alle Strecken. Deswegen kennt das er wahrscheinlich auch. Ich denke, er hat ein sehr gutes Gedächtnis, was Strecken und so was angeht. Ich glaube auch, ja. Aber das ist egal. Ich finde, das verzeiht hier relativ viel. Das Spiel hier verzeiht relativ viel. Ja. Also ich finde, man muss die Strecken nicht zwingend kennen. Da gibt es immer so ein, zwei Stellen auf der Map. Das ist korrekt, das ist korrekt. Aber Leute, nichtsdestotrotz, das war der Cup. Schaut beim Sachsen vorbei und morgen geht es bei Manus und beim Liquid weiter. Bis dann. Tschau. Tschüss. Bye-bye.